Liebe Eva, mein Gewissen erlaubt mir nicht, dir zu helfen, solange du dich nicht von Herrn Krämer trennst. Dieser Mann liebt dich nicht. Er missbraucht deine Seele. Dein Vater. Du liebst mich nicht. Du missbrauchst meine Seele. Ich bin so ein kaputter Arsch. Vertraß mir, traf sie. Sie sollten ihn loslassen! Machen Sie keinen Scheiß, Eva! Hinsetzen! Was haben Sie denn jetzt vor? Wenn Sie meine Fragen schon nicht beantworten wollen, dann sollten Sie mir wenigstens welche stellen. Sind Sie leere? Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die wir jetzt diskutieren sollten. Gehen Sie das Pizza in Schlaraffenland? Man frisst sich durch die Pizza durch, wie durch den Berg in Schlaraffenland. Wenn Sie sich wo aus dem Knast rausholen wollen, dann hauen Sie endlich ab! Eva, du musst dich ergeben! Eva! 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 Steady. Wir werden beide frei sein.